Uwe Kolbe, Aufschluss-Situation. Eisenach, 18 Uhr. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 29. Ladenschluss. Merke dir das. Zum Essen verlassen sie einfach den Markt, gehen in die Straßen. Karlstraße etwa, bis Karlsplatz. Wer Karl war, weiß nicht. Aber um sechs ist alles zu. Die Läden, außer Lebensmittel. Drogerien, die sind etwas später dicht. Da entdecke ich die Frau mit Original-Thüringer Bratwurst. Oh, des grünen Herzen Deutschlands, wo die Originale wohnen. Steht da noch in ihrem Bütchen, eingehüllt in rote Planen. Hat für mich noch eine Wurst, die letzte von der Fleischerei. Vom originalen Rost. Schneidet schon das weiche Brötchen auf. Fragt mich schon, Senf oder Ketchup. Sitze schon auf einer Bank. Glücklich. Schaue noch, wie sie, schmal wie sie ist, sich stemmt, den Wagen anschiebt. Der ihr Stand auf einmal ist. Ein Wagen. Nur die Karlstraße macht nicht recht mit. Die schmale Frau bewegt ruckweise das Ding. Sucht, findet noch den Plausch mit anderen Frauen, die da jetzt die Läden schließen. Ihren Männern schon Abendküsse andeuten, sich Bücken an den Ladentür verschlüssen. Schiebt den nächsten Ruck. Schaut sich jetzt nach mir um. Sieht wohl aus, als stellte ich ihr nach, wie sie schmal mit ihren Schwarz, um ihre schmalen, blassen Wangen fallenden Haaren, schmal in ihren engen Jeans, die Hüfte gegen das Gefährt aufschwingt. Schließlich ankommt, wo der Wikinger mit dem Transporter wartet. Sie den Wagen abbaut und verstaut. Es ist Goethes Karl jedoch. Mir ist sein Enkel näher, der, wie alle wissen, sehr die Wartburg liebte. Uwe Kolbe, Aufschlußsituation, Eisenach, 18 Uhr. Gelesen von Helge Heinold. Aus dem Buch »Der Augenblick kennt seinen Namen nicht«, »Die Wartburg-Tagebücher«, erschienen bei der Deutschen Bibelgesellschaft, 2022. »